Liebe Frau Gustke, liebe Mitglieder von Fatigatio, liebe Teilnehmer der Fachtagung, ich freue mich sehr über die Einladung. Mein Name ist Carmen Scheibenbogen, ich bin Professorin für Immunologie an der Charité. Ich leite dort die Immundefektambulanz, die im Institut für medizinische Immunologie angesiedelt ist. Das Thema meines Vortrages heute ist ME-CFS, Pathomechanismus und immunmodulatorische Therapieansätze. Ein komplizierter Titel, aber letztendlich versuche ich Ihnen in den nächsten 30 Minuten zu erläutern, was wir heute denken, was die Ursache für CFS ist, also was letztendlich von der Körperfunktion gestört ist bei ME-CFS und wie wir das umsetzen können in Behandlungsansätzen. Ich werde zunächst nochmal auf das Krankheitsbild eingehen, dann über den Krankheitsmechanismus, was unser Konzept heute ist, berichten und Ihnen schließlich Ergebnisse aus unseren Immuntherapiestudien, die wir an der Charité durchgeführt haben, vorstellen. So, ME-CFS, ich glaube, da werden mir alle zustimmen, dass dies wahrscheinlich die letzte große unerforschte Erkrankung ist. Und die meisten von Ihnen werden auch verfolgt haben, wie Evelyn van der Brink im Oktober vergangenen Jahres ihre Petition vor dem EU-Petitionsausschuss vorgebracht hat, die gefordert hat, wir brauchen gezielt und intensive ME-CFS-Forschung und diese Petition war erfolgreich. Das heißt, die EU hat wirklich beschlossen, ein Forschungsprogramm umzusetzen und darauf hoffen wir im nächsten Jahr, dass wir damit möglicherweise ein europaweites Forschungsnetzwerk finanzieren können, um endlich, was wir ganz dringend brauchen, die Mechanismen der Erkrankung besser zu verstehen, um daraus wirksame Therapieansätze zu entwickeln. Denn wir haben es nicht nur mit einer unerforschten Erkrankung zu tun, sondern auf der anderen Seite auch mit einer sehr häufigen Erkrankung, mit einer schweren und auch meistens chronischen Erkrankung. Weil die Erkrankung bislang so wenig bekannt ist, haben wir wahrscheinlich noch eine hohe Dunkelziffer weltweit und wir gehen nach den aktuellen Studien, die aus mehreren Ländern vorliegen, davon aus, dass wir etwa 0,3 bis 0,5 Prozent der Bevölkerung haben, die an ME-CFS erkrankt ist. Die Mehrzahl davon sind Frauen, es sind überwiegend junge Menschen, der Verlauf leider meist chronisch und die meisten Erkrankten sind nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt arbeitsfähig. Es ist auf der anderen Seite eine Erkrankung, die man schon sehr lange kennt. Schon seit über 50 Jahren ist es von der WHO mit dem Diagnoseschlüssel ICD G93.3 als eine neurologische Erkrankung eingeordnet. Um Ihnen das Wichtigste des Krankheitsbildes noch einmal zusammenzufassen. Es ist ganz häufig eine Erkrankung, die akut aus voller Gesundheit heraus entsteht und viele berichten, dass eine Infektion der Auslöser der Erkrankung waren. Unterschiedliche Erreger, besonders gut untersucht ist es für die späte Epstein-Barr-Virus-Infektion, aber es können viele andere Infektionskrankheiten sein. Meistens ist es eine schwerere Infektion, eine schwere Grippe ist zum Beispiel auch gut untersucht. Und nicht selten ist es in einer sogenannten vulnerable, also verletzlichen Phase, eine Phase, in der man zum Beispiel sich vorbereitet auf eine Prüfung, auf einen Wettkampf, in der man emotional belastet ist durch einen Verlust, eine Trennung. Und dann tritt die Infektion auf und dann wird man nicht, wie man es sonst kennt, nach ein, spätestens zwei Wochen wieder gesund, sondern die Fatigue, die sich schon während der Infektion meistens zeigt, bleibt bestehen. Aber der Name ist nicht nur die schwere Fatigue, wie die Diagnose viele vermuten lässt, sondern es ist eine sehr komplexe Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Die Patienten klagen immer auch über Schmerzen. Oft sind es ausgeprägte Muskelschmerzen, manchmal auch Gelenkschmerzen. Viele Patienten haben auch die Begleitdiagnose Fibromyalgie. Viele Patienten leiden an schweren Kopfschmerzen, Halsschmerzen, schmerzhaften Lymphknoten am Hals. Und alle Patienten berichten auch über sogenannte neurologische Symptome. Am häufigsten sind es die Konzentrationsstörungen, die in der Regel sehr stark ausgeprägt sind. Im Englischen dafür der passende Begriff Brain Fog, also Gehirnnebel. Und dann kommt es auch bei fast allen Patienten zu Funktionsstörungen des sogenannten autonomen Nervensystems. Das autonome Nervensystem ist das Nervensystem, das sie nicht bewusst steuern und das die meisten unserer Körperfunktionen reguliert. Dass wir also atmen, dass unser Herz schlägt, dass wir das Blut im Körper verteilen, dass der Darm arbeitet. Das alles wird gesteuert vom autonomen Nervensystem. Und das kennen Sie auch besser unter dem Begriff Sympathikus und Parasympathikus. Und viele Funktionsstörungen, die wir bei ME-CFS finden, lassen sich damit gut erklären. Das werde ich gleich noch einmal ausführlicher zeigen. Sehr viele Patienten berichten auch über anhaltende Infektionssymptome, hier als Immunsymptome bezeichnet, oft mit einem grippigen Gefühl, nach Anstrengung. Und viele haben eine ausgeprägte Anfälligkeit für Infektionen, die so vor der Erkrankung nicht bestanden. Wenn man genauer untersucht, dann lassen sich auch eine ganze Reihe von Organfunktionsstörungen finden, die sich meistens zu den klassischen Funktionstests nicht erschließen. Aber wenn man spezielle Untersuchungen macht, dann kann man die nachweisen. Was ganz charakteristisch für die Erkrankung ist und was auch einen großen Teil der Schwere der Erkrankung ausmacht, ist die sogenannte Belastungsintoleranz mit einer lang anhaltenden Zunahme der Beschwerden nach Belastung. Im Englischen der Begriff postexertionelle malaise. Und typischerweise ist es so, dass nach einer Überlastung, das kann für viele von Ihnen schon der Besuch beim Arzt sein oder vielleicht auch für manche ist es schon zu anstrengend zu duschen. Oder auch emotionaler Stress, das ist der Ärger mit den ganzen Dingen, die geregelt werden müssen, der oft schon ausreichen kann, dass man dann einen richtigen Crash bekommen kann und tagelang sehr krank ist. Und auf diesem Schaubild habe ich nochmal für Sie zusammengestellt, dass ME-CFS wirklich eine Erkrankung ist, die alle Körperfunktionen betreffen kann. Ich habe hier nochmal wichtige Symptome aufgeführt, wie der zu schnelle Herzschlag, die Tachycardie, die oft zu schnelle Atmung, der Begriff Tachypneu, der dafür steht, diese grippalen Symptome als Ausdruck einer Immunüberaktivierung, die Fibromyalgie als Ausdruck der Gelenk- und Muskelschmerzen, der Reizdarm. Aber letztendlich kann nahezu jede Organfunktion gestört sein. Das kann auch die Leber betreffen, die Nieren, die Herzfunktionen. Und insbesondere auch das Gehirn. Ich sagte schon, die ausgeprägten kognitiven Störungen hinzukommen, oft eine deutliche Reizempfindlichkeit. Und fast alle berichten auch über schwere Schlafstörungen. Manche Ärzte sagen, man könnte bei der körperlichen Untersuchung keine Auffälligkeit feststellen. Dem muss ich ganz klar widersprechen. Man kann zum Beispiel bei den meisten auch feststellen, dass auch eine ausgeprägte körperliche Schwäche oder körperliche Fatigue vorliegt. Wir untersuchen das so. Wir haben so ein einfaches Handkraftmessgerät, das Sie hier abgebildet sehen. Und da können Sie also ziehen. Und das Gerät zeigt Ihnen dann an, mit welcher Kraft Sie gezogen haben. Und hier in der Abbildung sehen Sie in der grünen Kurve unter dem ersten Punkt gesunde Frauen, die also mit ihrer maximalen Handkraft hier einmal gezogen haben. Und Sie sehen, im Mittel kommen die auf 27 Kilogramm. Und dann haben wir die Teilnehmerinnen aufgefordert, das zehnmal zu wiederholen. Und dann sehen Sie, wenn Sie zehnmal hintereinander ziehen, immer fünf Sekunden Pause und dann wieder drei Sekunden mit maximaler Kraft, dann können Sie diese Kraft also auch nach zehn Zügen noch fast genauso erbringen wie beim ersten Zug. Und dann haben wir das nach einer Stunde wiederholt. Und Sie sehen, die zweite grüne Kurve, das ist fast wie ein Fingerabdruck bei den gesunden Frauen. Nach einer Stunde wird wieder genau die gleiche Kraftkurve gezogen. Wenn wir uns jetzt hier unten die roten Kurven anschauen, das sind jetzt Patienten, die wegen ME-CFS bei uns in der Sprechstunde waren. Und das ist eine große Gruppe, das waren also 50 Erkrankte. Wir haben oben 30 Gesunde untersucht. Und Sie sehen jetzt, das ist also sehr auffällig, dass ME-CFS-Erkrankte schon bei einem ersten Zug deutlich weniger Kraft haben. Und die Kraft fällt auch etwas stärker ab über die zehn Züge. Und was dann auch ganz auffällig ist, ist, dass die Muskulatur sich nach einer Stunde auch nicht wieder regeneriert hat. Und bei vielen nach einer Stunde die Kraft noch weniger geworden ist. Das ist also mal ein sehr auffälliger Untersuchungsbefund, mit dem man diese körperliche Schwäche sehr gut messen kann. Das ist eine Doktorarbeit, die unsere Doktorandin, die Bianca Jeckel, durchgeführt hat. Die sie auch gerade zu einer Veröffentlichung zusammenschreibt. Und die, ich denke, in wenigen Monaten dann auch als Publikation vorliegen wird. Und die andere Untersuchung, die wir immer auch machen, ist, dass wir den Puls messen. Und bei fast allen Patienten ist die Herzfrequenz, also der Puls, auch viel zu schnell. Und wenn die Patienten sich dann hinstellen, dann wird er meistens nochmal ein ganzes Stück schneller. Also viele Patienten haben einen Ruhepuls, der liegt schon bei 100. Und wenn Sie sich hinstellen, geht der Puls oft auch 120, 130. Auch das ist eine ganz ausgeprägte Funktionsstörung der Kreislaufregulation. Und wodurch erklärt sich das? Nun, viele Symptome, die wir bei der Erkrankung finden, sind letztendlich ein Ausdruck dieser gestörten Regulation über das autonome Nervensystem. Und zwar besteht das autonome Nervensystem aus dem aktivierenden Teil, das ist der Sympathikus, und aus dem bremsenden Teil, den wir in Phasen der Entspannung anschalten, das ist der Parasympathikus. Und alles, was wir bei CFS finden, passt zu einer permanenten Überaktivität des Sympathikus. Einfacher gesagt, die Patienten befinden sich oft im Dauerstress und haben daher anhaltend einen zu schnellen Herzschlag, eine zu schnelle Atmung, oft einen trockenen Mund, Lichtempfindlichkeit, eine ausgeprägte Reizempfindlichkeit. Auch die gestörte Darmfunktion kann durch einen überaktiven Sympathikus erklärt werden. Das sind nur ein Teil der Symptome, die wir finden. Ich könnte die Liste noch bestimmt doppelt so lang machen. Und auch das wären alles Symptome, die letztendlich in dieses Konzept passen, dass wir eine anhaltende Überaktivität des Sympathikus haben. So, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und ich habe hier auf der Abbildung für Sie dargestellt, was man inzwischen als Pathomechanismus von MCFS gefunden hat oder zumindest starke Hinweise hat. Wir wissen zum einen, dass es vorbestehende sogenannte Risikofaktoren gibt, dass die Erkrankung sich entwickeln kann. Wir wissen, dass Risikofaktoren einmal im Immunsystem liegen, dass sogenannte Autoimmungene häufiger vorhanden sind. Ich komme darauf gleich noch mal ausführlicher. Wir wissen, dass ein Teil der Menschen ein schwaches Immunsystem hat oder bestimmte Immunfunktionsstörungen. Wir finden also häufig einen Mangel an Immunglobulin, der auch dazu führt, dass man anfälliger ist für häufige Infektionen oder auch schwer verlaufende Infektionen. Und wir haben bei vielen Menschen schon vorbestehend zumindest eine Phase vor Beginn der Erkrankung, in der der Sympathikus dadurch aktiver ist, dass man entweder viel Stress hat, an einer depressiven Erkrankung leidet. Wir wissen auch, dass es genetische Varianten gibt in Erkennungsstrukturen für das Sympathikushormon Adrenalin, die häufiger bei der Erkrankung auftreten. Wir wissen auch, dass ein Unfall, der die Halswirbelsäule mit betrifft, ein sogenanntes HWS-Trauma, zu einer vermehrten Aktivität des Sympathikus führen kann und dass das ein Risikofaktor ist, später im Leben CFS zu entwickeln. Wir wissen auch, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die ein überstreckbares, ein weniger straffes Bindegewebe haben. Und das kann sich sowohl darin äußern, dass die Gelenke überstreckbar sind, die sogenannte Hypermobilität, kann sich aber auch darin äußern, dass die Gefäße laxer sind, also die Gefäße sich nicht so gut anpassen können. Und wir kennen eine Erkrankung, die auch ein Risikofaktor ist, später im Leben CFS zu entwickeln. Das ist das sogenannte Eders-Danlos-Syndrom, bei dem wir also diese Bindegewebsveränderungen finden. So, als auslösenden Faktor am besten kennen wir die Infektion. Bei etwa zwei Dritteln aller Erkrankten besteht das auch aufgrund der Krankengeschichte, diese Infektion als Auslöser. Manche können nicht sagen, wodurch sie erkrankt sind. Möglicherweise war es ein schleichender Beginn in diesem Fall, dass vielleicht ein genetischer Risikofaktor vorliegt, den wir noch gar nicht identifiziert haben. Wir haben aber auch andere akute Auslöser, zum Beispiel Operationen oder wie schon gesagt, eine Halswirbelsäulenverletzung. Oder es gibt auch gute Daten, dass Impfungen, und zwar sind das in der Regel häufige Impfungen mit starken Immunmodulatoren, CFS auslösen können. Dazu gehört insbesondere das sogenannte Golfkriegssyndrom. Das sind Soldaten, die viele Impfungen in einem kurzen Zeitraum bekommen haben. Und es gibt einige Berichte, dass auch nach der Impfung mit dem Human-Papillom-Virus CFS-Krankheitsbilder aufgetreten sind. Wobei diese Daten bislang nicht so sicher sind, dass man das wirklich mit letztendlicher Sicherheit sagen kann. Weil das ist natürlich auch ein Zeitraum des Jugendalters, in dem viele junge Menschen ihren ersten Sexualpartner haben. Und dann, wenn sie nicht von den Eltern die Epstein-Barr-Virus-Infektionen bekommen haben, dann erstmals an EBV erkranken, oft mit einer schweren Form, dem sogenannten Pfeiferschen Drüsenfieber. Und da wissen wir sehr genau, das ist auch ein Risikofaktor für CFS. Was andere Impfungen angeht, da werde ich oft gefragt. Es gibt zum Beispiel für die Grippeimpfung eine große Studie, auch aus Norwegen. Die hat ganz klar gezeigt, dass nach einer Grippeimpfung im ECFS nicht häufiger auftritt. Und ich empfehle auch, dass man auf jeden Fall auch andere anstehende Impfungen, gerade die Impfung gegen Keuchhusten, Tetanus und Diphtherie, alle zehn Jahre durchführt. Denn das ist eine ganz wichtige Impfung, insbesondere wegen dem Keuchhusten, der auch schwere Verläufe machen kann. Und auch die Grippeimpfung rate ich zumindest all denen, die so schwer krank sind, dass sie auch viel liegen müssen. Und solchen, die an einer Infektionsanfälligkeit leiden. So, und dann, das kennen Sie auch alle, gibt es Faktoren, die zu einer Verschlechterung der Erkrankung führen können. Das ist jegliche Form von körperlicher Überanstrengung. Das kann Stress sein. Das können auch Infektionen sein. So, hier habe ich Ihnen eine Abbildung mitgebracht aus einer Veröffentlichung, die meine Doktorandin, die Frau Steiner, gemacht hat, diese Arbeit, und die sie auch gerade veröffentlicht hat. In der hier genannten Zeitschrift. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich sogenannte Genvarianten in Genen angeschaut, von denen wir heute wissen, dass Menschen, die solche Genvarianten haben, ein erhöhtes Risiko haben, Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Diese Namen hier oben, PTP-N22 und CTLA-4, das sind Gene, die wichtige Aufgaben haben in der Steuerung des Immunsystems. Immunsystems. Und wir wissen, wenn Varianten zu finden sind, und das sind meistens Varianten, wo ein einziges Stückchen in dem Protein verändert ist, was dazu führt, dass diese Varianten dazu führen, dass das Immunsystem aktiver ist. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns diese Varianten angeschaut, zum einen bei Gesunden. Das sind jeweils die, in diesen beiden Abbildungen, ist das die rechte Gruppe mit HD bezeichnet. Und dann die beiden linken Gruppen sind Menschen mit ME-CFS. Und die haben wir nochmal unterteilt in solche, die mit einer Infektion erkrankt sind. Das ist ganz links immer dargestellt. W steht für With-Infection oder ohne Infektbeginn. Das ist das W-O, Without-Infection. Und was wir gefunden haben, und da zeigt jetzt der rote Pfeil drauf, ist, dass diese Varianten, die mit Autoimmunität einhergehen, etwa doppelt so häufig bei den Menschen zu finden sind, die nach einer Infektion an ME-CFS erkrankt sind. Vergleicht man das mit den Gesunden, wenn die, die keinen Infektbeginn haben, auch nicht häufiger diese Variante zeigen. Und diese andere Variante auf der rechten Seite im CTLA-4, da ist die Variante in schwarz dargestellt, die zu einem erhöhten Risiko vor Autoimmunerkrankungen trifft. Da sehen wir genau so, dass die Menschen, die nach einer Infektion an ME-CFS erkrankt sind, etwa doppelt so häufig diese Variante haben. Das ist ein ganz starker Hinweis, dass es sich bei ME-CFS nach einer Infektion um eine Autoimmunerkrankung handelt. Denn diese Varianten finden wir auch bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen häufiger auftretend. Diese Variante alleine löst noch nicht ME-CFS aus, aber sie ist einfach ein Risikofaktor, dass sich nach einer Infektion eine Autoimmunerkrankung, in dem Fall ME-CFS, entwickeln kann. Was wir heute wissen, ist, dass wir letztendlich eine Vielzahl von Funktionsstörungen finden. Wenn wir uns mal die Literatur der letzten 20 Jahre genauer anschauen, dann gibt es eine Vielzahl von Arbeiten, die zum einen zeigen, dass das Immunsystem gestört ist, die sogenannte Immundysregulation, die wir finden sowohl auf Ebene der Abwehrzellen als auch auf Ebene der Immunfaktoren. Wir sehen eine gestörte Regulation des autonomen Nervensystems. Das kann man durch verschiedenste Untersuchungsmethoden nachweisen, indem man zum Beispiel die Herzfrequenz, Ratenvariabilität misst, indem man die Gefäßfunktionen misst. Und wir sehen auch, dass viele Menschen eine Störung des Energiestoffwechsels haben, der sogenannten Mitochondrienfunktion. Das ist alles zusammengefasst in einem Übersichtsartikel, den meine Mitarbeiterin, die Frau Dr. Sotzny, vor zwei Jahren geschrieben und veröffentlicht hat. Und die Frage, die sich daraus ergibt, wie können diese ganzen auffälligen Veränderungen nun zusammengebracht werden und wie kann sich dadurch das Krankheitsbild im ECFS erklären? Und wir nehmen inzwischen an, dass ein ganz entscheidender Mechanismus bei der Erkrankung ist, dass über die gestörte autonome Funktion auch die Verteilung des Blutes im Körper, was über die Gefäße funktioniert, nicht richtig mehr funktioniert. Das ist also quasi die Gefäßregulation, dass Gefäße weit werden und sich wieder eng stellen, je nachdem, ob viel oder wenig Blut benötigt wird, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Und das wird gesteuert auch über den Sympathikus, über Adrenalin, aber auch über den Parasympathikus. Und ich werde Ihnen gleich noch mal dazu Daten zeigen. Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Steuerung der Gefäße über Adrenalin gestört ist. Und das hat dramatische Konsequenzen. Wenn Sie sich versuchen zu konzentrieren, brauchen Sie mehr Blut im Gehirn. Und das ist gezeigt worden, dass das nicht ankommt, auch dass die Gefäße nicht sich weiten, sondern sich sogar verengen. Und dann passiert das, was Sie kennen, dass Sie nicht mal denken können, dass Sie richtig benebelt sind. Und was passiert an der Muskulatur, wenn Sie anfangen zu gehen, wenn Sie versuchen zu laufen? Dann braucht der Muskel sehr viel mehr Energie. Und die Energie für die Energiegewinnung braucht der Sauerstoff. Also müssen die Gefäße weit gestellt werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung. Dann passiert innerhalb von wenigen Minuten das, was gesunde Menschen erst bemerken, wenn sie eine halbe Stunde oder eine Stunde gelaufen sind. Muskelschmerzen treten auf. Es wird Zucker zu Laktat umgewandelt. Es fällt sehr schnell viel Laktat an, was auch Muskelschmerzen verursacht. Und wenn nicht ausreichend Energie zur Verfügung steht, dann passiert noch viel Schlimmeres. Dann kommt auch die ganze Salzbalance im Muskel durcheinander. Und so kann es dann zu schweren Muskelfunktionsstörungen führen. Dieses Konzept habe ich gemeinsam mit Professor Klaus Wirth von der Firma Sanofi im vergangenen Jahr auch zusammengeschrieben in einer Veröffentlichung, die sich nennt, eine übergreifende Hypothese zum Pathomechanismus von ME-CFS. Die ist veröffentlicht in der hier genannten Zeitschrift. Und die ist auch frei zum Runterladen, wer das also im Detail lesen möchte. Es gibt weitere Arbeiten, zum einen aus der Gruppe von Wolfram Göhner, mit denen wir am Charité-Vatigue-Zentrum eng zusammenarbeiten, die gezeigt haben, dass auch die Regulation der kleinen Kapillanen gestört ist. Das ist eine Arbeit, die Frau Scherberkopf gerade veröffentlicht hat. Und es gibt eine Arbeit von einer Doktorandin von mir als Erstautorin, die wir auch gerade veröffentlicht haben, die das also im Detail untersucht hat, dass die Funktion der Rezeptoren, über die das Adrenalin die Funktion der Zellen stimuliert, gestört ist. Wir gehen also davon aus, dass ME-CFS nach einer Infektion zumindest eine Autoimmunerkrankung ist. Und es gibt allein schon von dem, was wir wissen von der Krankheitsgeschichte, eine ganze Reihe von Hinweisen dafür. Zum einen die Tatsache, dass es durch eine Infektion ausgelöst wurde, die Erkrankung, und das kennen wir auch von Autoimmunerkrankungen, auch die Multiple Sklerose zum Beispiel. Da ist eine vorangegangene Infektion ein Risikofaktor genauso wie der Autoimmunediabetes mellitus. Und wenn man dann nach der Familienanamnese fragt, dann hören wir häufig, dass auch andere Familienmitglieder von Autoimmunerkrankungen betroffen sind. Dann, das hatte ich Ihnen gerade schon gezeigt, haben wir diese Häufung von Autoimmunrisikogenen gefunden. Und dann gibt es sogenannte Autoimmunassoziierte Erkrankungen, die man auch bei vielen Autoimmunerkrankungen findet und auch geholfen bei CFS, wie zum Beispiel die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung, die Fibromyalgie oder auch das posturale Tachycardie-Syndrom. Wenn wir nun sagen, es ist eine Autoimmunerkrankung, dann heißt Autoimmunerkrankung immer, dass sich das Immunsystem gegen eine körpereigene Struktur richtet. Und dann ist natürlich die Frage, was ist das für eine Zielstruktur? Also wogegen richtet sich bei ME-CFS das Immunsystem? Und wir haben schon vor fünf Jahren die Möglichkeit gehabt, über die Firma CellTrend, die hier in der Nähe von Berlin ist, Patienten zu untersuchen auf Antikörper, die gegen die Rezeptoren vom Adrenalin gerichtet sind und die auch gegen Gegenspieler des Acetylcholins, gegen Gegenspieler des Adrenalins, gegen die Acetylcholin-Rezeptor gerichtet sind, über die der Parasympathikus das autonome Nervensystem steuert. Und was wir in dieser Arbeit gefunden hatten, war, dass ein Teil der Erkrankten höhere solche Antikörper hat als gesunde. Aber wir haben gesehen, dass auch gesunde solche Antikörper haben. Dass das also keine Antikörper sind, die nur bei Autoimmunerkrankungen auftreten, sondern dass es sich um sogenannte natürliche Antikörper handelt, die alle von uns haben. Das wissen wir heute. Das Immunsystem hat also nicht nur die Aufgabe, uns vor Infektionen zu schützen, sondern es macht auch diese Antikörper und steuert darüber wichtige Körperfunktionen mit. So, Jonas Bergquist hat gerade eine Arbeit veröffentlicht, in der er bei zwei schwedischen ME-CFS-Kohorten auch diese Antikörper untersucht hat. Wiederum über Herrn Heidecke bei der Firma Seltrend. Und er hat zum einen die Antikörper im Blut untersucht, er hat sie jetzt aber auch im Liquor im Gehirnwasser untersucht. Seine Ergebnisse zeigen, dass sie im Gehirnwasser nicht nachweisbar sind. Das ist erstmal ein sehr gutes und wichtiges Ergebnis, weil viele Therapieansätze, über die man nachdenken könnte, sind viel schlechter wirksam, wenn solche Antikörper auch im Gehirn wären, weil solche Therapien nicht so leicht die Blut-Gehirn-Schranke überwinden können. Und das andere, was er im Blut gefunden hat, und das ist hier eine Abbildung aus dieser Arbeit. Er hat hier zum einen die Gesunden dargestellt, die Werte für die unterschiedlichen Antikörper in Rot und dann die beiden Gruppen von Patienten, die er untersucht hat, die aus zwei unterschiedlichen Kliniken kamen. Und was Sie hier sehen, ist, wenn Sie die dritte und vierte Gruppe, die also jeweils auch rot, grün, blau dargestellt ist, sich anschauen, dann finden Sie bei den grünen und blauen, das sind die Patienten, wie auch in unserer ersten Arbeit, höhere Antikörper gegen den Beta-1- und den Beta-2-Rezeptor. Wir hatten damals vor allem gegen den Beta-2-Rezeptor höhere Antikörper gefunden. Und dann sehen Sie etwas weiter noch mal drei Gruppen Rot-Grün-Blau dargestellt. Das sind die Antikörper gegen den Muscarin-Acetylcholin-Rezeptor 3 und 4. Und auch hier haben die Patienten wieder höhere Antikörper. Auch das passt zu unserer Arbeit, die wir 2016 schon veröffentlicht haben. Aber hier sehen Sie auch, es ist nicht schwarz-weiß, so wie wir es von anderen Auto-Antikörpern kennen, dass also Gesunde keine Antikörper haben und Patienten haben erhöhte Antikörper, sondern wir sehen einfach nur den Unterschied, dass die Antikörper insgesamt höher sind und ein Teil der Erkrankten auch deutlich höhere Antikörper hat. Aber wir finden auch bei einigen Gesunden solche Antikörper erhöht. Das heißt, es ist nicht allein nur die Höhe der Antikörper, es ist möglicherweise eher die Funktion der Antikörper, die zu der gestörten Gefäßregulation führen kann. Hier ist noch mal eine Arbeit, die von Frau Prof. Riemekasten, einer Rheumatologin aus Lübeck gemacht wurde, wo wir auch einen kleinen Beitrag geleistet haben. Und diese Arbeit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen zu solchen natürlichen regulatorischen Antikörpern, zu denen auch die Antikörper gegen Adrenalinrezeptoren gehören. Und in dieser Arbeit wird beschrieben, dass diese Antikörper bei vielen Erkrankungen verändert sind, sowohl in ihrer Höhe als auch in ihrer Funktion. Und bei ME-CFS, wie gesagt, finden wir und jetzt auch die schwedische Kohortenstudie erhöhte Antikörper gegen Beta-2-Adrenalin und M3-Azetylcholinrezeptor bei einem Teil der Erkrankten. Und das ist eine sehr umfangreiche Studie, die Frau Dr. Hartwig auch gerade veröffentlicht hat in Brain Behaviour Immunity und Health. Und Sie können sie auch frei runterladen, wer sich die genauer anschauen will. Da hat sie in einer Reihe von Funktionstesten gezeigt, dass diese Beta-2-Rezeptor-Antikörper bei den Gesunden mit Adrenalin zusammenarbeiten und gemeinsam das Signal von Adrenalin an den Körper weitervermittelt. Und dass der Antikörper bei Erkrankten mit ME-CFS einfach nicht mehr richtig funktioniert und deswegen wahrscheinlich auch die Funktion des Adrenalin nicht mehr richtig ankommt. Und dass Gegenregulation es wahrscheinlich dann zu einer dauerhaften Erhöhung des Adrenalins, zumindest im Ruhezustand kommt. Und da gibt es mehrere Studien, die das auch schon so gezeigt haben. Im zweiten Teil, in den letzten zehn Minuten meines Vortrags, möchte ich Ihnen jetzt noch Therapiestudien vorstellen, bei der wir quasi diese Erkenntnisse jetzt umsetzen wollen zu einer gezielten Behandlung. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir Auto-Antikörper haben, dann ist das Ziel so einer Behandlung, diese Auto-Antikörper aus dem Körper zu entfernen oder aber, wenn es sich um natürliche Antikörper handelt, diese gestörte Funktion dadurch aufzuheben, dass wir den natürlichen Antikörpern, die ursprünglich da waren, wieder mehr Raum verschaffen. Und ein Prinzip, um solche Auto-Antikörper zu eliminieren, ist eine Behandlung mit Rituximab. Rituximab greift Antikörper-produzierende B-Zellen an, beziehungsweise die Gedächtnis-B-Zellen, aus denen der Körper dann die Antikörper-produzierenden B-Zellen macht. Und die ersten Studien von Eusterein Pflugge und Olaf Meller haben auch ganz klar gezeigt, dass es bei vielen Patienten eine sehr wirksame Behandlung ist, mit auch einer lang anhaltenden, teilweise vollständigen Besserung. Aber leider war dann die große Multicenter-Schule, die an fünf norwegischen Kliniken durchgeführt wurde und die auch vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde, negativ. Das heißt, man hat keinen Unterschied gesehen zwischen denen, die Rituximab bekommen haben und denen, die nur eine Kontrollinfusion mit Kochsalzlösung bekommen haben. Und es wurde viel diskutiert darüber. Ich könnte darüber auch den ganzen Vortrag füllen. Aber was ich dazu nur sagen will, ist, dass es zum einen möglicherweise Unterschiede gibt in den Patienten, die ausgewählt wurden für die Studie. Denn es haben jetzt viel mehr Zentren mitgemacht und vielleicht haben die anderen Zentren auch die Diagnose-Kriterien nicht so viel Erfahrung gehabt und haben vielleicht doch auch Patienten eingeschlossen, die nicht hätten behandelt werden sollen. Und zum anderen, ich glaube, das ist möglicherweise der entscheidende Grund für die fehlende Wirksamkeit. Die Norweger haben schlichtweg nicht ausreichend Unterstützung bekommen. Sie haben also keine Unterstützung bekommen von der Industrie, die dieses Rituximab herstellt und mussten das Medikament also selbst kaufen. Und das ist relativ teuer. Und deswegen konnten sie nur die halbe Dosis geben. Und es kann also gut sein, dass einfach die Dosis nicht ausreichend war und es deswegen nicht zu den gewünschten Ergebnissen gekommen ist. Das ist sehr, sehr schade, denn ich weiß nicht, ob nochmal eine weitere Rituximab-Studie aufgelegt wird. Aber wenn man es positiv sieht, es gibt Weiterentwicklungen solcher Antikörper, die auch noch sehr viel wirksamer sind. Und es besteht Hoffnung, dass es damit in Zukunft nochmal eine Studie geben wird. Wir selbst haben an der Charité kleine Studien durchgeführt, zum einen mit der Immunabsorption und zum anderen mit Immunglobulin. Und darauf will ich jetzt im Folgenden eingehen. Wir haben das auch schon veröffentlicht. Wir haben also die erste Studie schon im Jahr 2018 veröffentlicht. Das finden Sie auch auf unserer Homepage, die ich Ihnen gleich am Ende nochmal vorstellen werde. Und wir haben eine Folgestudie ganz aktuell im Juli veröffentlicht. Auch die können Sie frei herunterladen. Und was wir gemacht haben hier in diesen Studien, wir haben einmal das gesamte IgG herausgewaschen aus dem Plasma. Das ist ein Prinzip, das ist relativ aufwendig. Funktioniert so ähnlich wie eine Dialyse. Der Patient bekommt an einen Venenkatheter gelegt, auf zwei Seiten, also zwei Venenkatheter gelegt. Auf der einen Seite wird das Blut abgesaugt und läuft durch eine Zentrifuge. Und da werden die Zellen abgetrennt von dem flüssigen Plasma. Die Zellen werden gleich zurückgegeben zum Patienten. Das Plasma läuft dann über eine sogenannte Säule. Die sehen Sie hier dargestellt. Das ist ein Gerät, das rechts aufgebaut ist. Und diese Säule hat nun die Eigenschaft, dass sie das IgG bindet und dadurch aus dem Plasma entfernt. Und das so gereinigte Plasma wird dann auf den Patienten wieder zurückgegeben. Und das ist ein sehr effizientes Verfahren. Wenn Sie das über zwei, drei Stunden laufen lassen, dann haben Sie schon 90 Prozent des IgGs, was gerade im Plasma war, entfernt. Und wenn man das an mehreren Tagen macht, dann kann man also nachhaltig, nachhaltig heißt für einige Tage das IgG, nahezu vollständig aus dem Körper eliminieren. Das wird natürlich kontinuierlich nachgeproduziert und erscheint dann auch sehr schnell wieder. Aber es ist so, dass gerade solche Autoantikörper oft sehr viel längerfristig aus dem Körper entfernt werden. Und im Idealfall leiden auch die Autoantikörper produzierenden B-Zellen so stark an diesem Verfahren, dass sie damit auch kaputt gehen. So, und das haben wir gemacht. Bei zehn Patienten in der ersten Studie und jetzt in der aktuellen Studie haben wir nochmal von diesen zehn fünf Patienten ein zweites Mal behandelt. Was Sie jetzt hier in dieser Abbildung sehen, sind die Krankheitsbeschwerden, also die Symptome, über die die Behandelten in der ersten Woche während der Immunabsorption berichtet haben. Und das ist ein bisschen kompliziertes Bild, aber was es Ihnen zeigt, die Schwere der Symptome, die haben wir von null bis sechs klassifiziert. Und drei war quasi immer der Ausgangsbegrund. Wenn die Symptome verschlechtert haben sich unter der Behandlung, dann sind die Kurven abgefallen und in den grauen Bereich gegangen. Und wenn die Symptome sich verbessert haben, dann sind die Kurven angestiegen. Und das Hauptsymptome haben wir erfragt hier, die Fatigue, dann Muskelschmerzen, dann kognitive Beschwerden und Immunsymptome. Und Sie sehen hier jetzt dargestellt, oben das war die erste Immunabsorption aus dem Jahr 2017 und unten die zweite Immunabsorption aus dem Jahr 2019. Und die Verläufe sind ganz ähnlich. Bei eigentlich vier Patienten sind die Symptome schon innerhalb der ersten Tage deutlich besser geworden. Nicht so bei dem Patienten, der hier als Vorletzter dargestellt ist. Und jetzt bei der zweiten Immunabsorption, die unten dargestellt ist, sehen wir wieder ganz ähnliche Verläufe. Eine relativ rasche Besserung hier zum Beispiel bei der ersten Patientin oder auch bei der letzten Patientin. Und was wir auch gesehen haben, das sehen Sie bei den drei letzten Patienten in der oberen Reihe, dass am Ende, da haben wir einmal eine Immunglobulin-G-Infusion gegeben, um diesen schweren Mangel dann zu kompensieren. Das haben viele nicht so gut vertragen. Da sehen Sie, dass plötzlich es den Behandelten deutlich schlechter ging. So bei der zweiten Immunabsorption sehen Sie auch hier die vorletzte Patientin. Die hatte eine deutliche Verschlechterung aller Beschwerden. Aber der ging es auch beim ersten Mal schon nicht so wirklich besser durch die Immunabsorption. Und dann haben wir uns angeschaut, wie ging es den Behandelten dann über die nächsten zwölf Monate. Und oben sehen Sie wieder die zwölf Monate nach der ersten Behandlung und unten nach der zweiten Behandlung. Und Sie sehen, dass viele Symptome besser wurden. Bei der ersten Patientin sehen wir nach dem ersten Mal so einen schwankenden Verlauf. Die hat viele Infektionen auch gehabt. Dann ging es immer wieder schlechter. Und zweite und dritte Patient anhaltend besser. Bei der vierten Patientin kam es zu einer Verschlechterung. In der ersten Zeit ging es ihr besser. Dann hat sie sich angestrengt und kam zu einer nachhaltigen Verschlechterung. Die letzte Patientin auch eine deutliche Besserung. Und ganz ähnliche Verläufe jetzt wieder nach der zweiten Immunabsorption. Das heißt für uns, das ist ein Behandlungskonzept, was grundsätzlich wirksam sein kann. Aber wir müssen natürlich eine viel größere Studie machen, unter Umständen auch einen Kontrollarm haben. Und dazu sind wir momentan in Gesprächen mit der Firma Fresenius. So, dann will ich Ihnen noch zum Schluss eine andere Studie vorstellen, die wir hier an der Charité auch durchgeführt haben. Da haben wir Immunglobulin G gegeben. Jetzt werden Sie fragen, was soll das? Entweder waschen Sie es raus oder Sie geben es. Aber letztendlich ist das dasselbe Prinzip. Entweder waschen wir alles raus und waschen damit auch das kranke Immunglobulin raus, wenn ich jetzt mal so salopp sagen darf. Oder wir geben dem Körper ganz viel Immunglobulin, was von gesunden Spendern stammt. Auch mit der Idee, dass wir das kranke Immunglobulin damit quasi verdrängen wollen, indem wir den Körper einfach mit sehr viel mehr gesundem IgG auffüllen. Dieses Prinzip wurde schon in vier Studien untersucht. In den 90er Jahren waren so etwas uneinheitliche Ergebnisse. Zwei Sprachen von Besserung. Bei zwei hat man keine klare Besserung gesehen. Und wir haben in unserer aktuellen Studie gesehen, dass sich von zwölf Behandelten bei sechs auch die Symptome unter der Behandlung deutlich gebessert haben. Hier kurz, was haben wir gemacht? Die Patienten haben eine Behandlung über zwölf Monate bekommen. Sie haben ein Medikament bekommen, ein Immunglobulin, das sich selbst verabreichen lässt. Über eine Pumpe kann es also langsam subkutan unter die Haut gegeben werden. Das ist etwas, was die Patienten selbst gelernt haben. Wir haben mit der Dosierung relativ langsam angefangen. Also im ersten Monat ein Viertel der Dosis, dann die Hälfte der Dosis und dann zehn Monate lang alle 14 Tage die volle Dosis gegeben. Mit dem Ziel zu schauen, ist das so verträglich, gut anwendbar, haben wir erste Hinweise für eine Wirksamkeit und darauf basierend, wenn das Prinzip also so funktioniert, wollen wir dann eine große kontrollierte Studie machen. Auch da sind wir momentan in Gesprächen. Auch hier ist noch nichts konkret entschieden. Ich zeige Ihnen hier noch eine Abbildung aus dieser Studie. Wir haben hier gemessen an Symptomen, haben wir jetzt gemessen einmal die Schwere der Fatigue über die sogenannte Childer Fatigue Scale und da ist es so, je mehr Punkte Sie haben, 33 Punkte ist die maximale Zahl, umso schwerer ausgeprägt ist die Fatigue, umso weniger Punkte man hat, umso besser geht es einem und man sieht das über die Behandlung noch nicht nach drei Monaten, da haben die Patienten ja auch noch nicht die volle Dosis bekommen, aber das ist der Gesamtheit der Behandelten, jeder Behandelte ist ein Punkt, dann über die Zeit deutlich besser geht. Es geht nicht allen besser, aber doch etwa der Hälfte geht es deutlich besser, sind die, die mit der schwarzen Punkten dargestellt. Und dann haben wir die körperliche Funktion auch gemessen mit einem Fragebogen, einem SF-36-Fragebogen. Und da ist es so, dass wir auch hier sehen, hier ist es so, je niedriger die Punktzahl ist, umso schlechter ist die körperliche Funktion. Auch hier haben wir gesehen, nach sechs, nach neun und nach zwölf Monaten geht es den Behandelten in der Gesamtheit deutlich besser und das hat auch hier wieder einen Teil natürlich nur betroffen, die eine Besserung darunter hatten. So, und dann haben wir hier auch noch so einen Schrittzähler gehabt und will ich Ihnen nur zeigen, dass bei den Patienten, denen es also in diesen Fragebögen besser ging, das sind die rot markierten, da sehen Sie auch, dass die deutlich mehr Schritte laufen konnten. Die Schritte sind immer gemessen worden, pro Tag über eine Woche und auch hier ist die Linie der Ausgangsbefund und wenn die Schrittzahl ins Weiße geht, dann sind es mehr Schritte und wenn sie ins Graue geht, sind es weniger Schritte. So, zusammengefasst, habe ich Ihnen gezeigt, dass wir heutzutage als Mechanismen ansehen, zum einen die gestörte autonome Funktion, das wahrscheinlich die dadurch bedingte Gefäßregulation wesentlich zum Krankheitsmechanismus beiträgt. Wir inzwischen starke Hinweise haben, dass ME-CFS zumindest nach einem Infektbeginn eine Autoimmunerkrankung ist oder das Autoimmunsystem dabei zumindest eine wichtige Rolle spielt. Die klassischen Therapiesäulen, die kennen Sie alle, die sind bislang unbefriedigend, weil viele darunter zwar eine gewisse Besserung haben, aber nicht gesund werden, Energiemanagement ist wichtig, Kontrolle von Stress, von Immunaktivierung und natürlich die Symptombehandlungen, insbesondere Schmerz- und Schlafbehandlungen. Wo wollen wir hin? Wir wollen weitere Therapiestudien machen mit immunmodulatorischen Ansätzen, mit dem Ziel am Ende auch ein Medikament zu haben, das man quasi auf Rezept allen Erkrankten verschreiben kann. Dazu zielt die Immunabsorption, das Immunglobulin, das Rituximab, das in Schweden, das in Norwegen mehrfach in Studien geprüft wurde und die aktuelle Studie von den Norwegern ist auch veröffentlicht mit dem Endoxan, das eigentlich ein Medikament, was auch aus der Behandlung von Autoimmunerkrankungen kommt, auch aus der Krebsbehandlung eingesetzt wurde und die aktuelle Studie der Norweger zeigt jetzt, dass auch Endoxan wirksam ist und auch das ist ein Medikament, was quasi das Immunsystem bremsen kann. So, hier auf dieser Abbildung sind nochmal meine Mitarbeiter genannt, die im Labor an diesen Forschungsprojekten arbeiten, die mit dem Stern markierten sind diejenigen, die von der Los Voices Stiftung auch ein Stipendium bekommen haben. Ich sehe gerade, ich habe die Bianca hier vergessen, die die Handkraftmessung gemacht hat, die ist auch Stipendiatin der Los Voices Stiftung. Dann mein Team aus der Immuneffekt Ambulanz, allen voran Claudia Kedor, die auch neu im Team ist und Patricia Grabowski, die also überwiegend die CFS Sprechstunde machen und dann die beiden Firmen hier auch genannt, Fresenius und Baxalter, das ist inzwischen Scheier ist, mit denen wir die Therapiestudien durchgeführt haben und die vielen Stiftungen, die uns unterstützen, an erster Stelle hier auch genannt, die Weidenheimer Zöbele Stiftung, die uns das Charité Fatigue Zentrum finanziert, das Zentrum, dessen Ziel vor allem auch ist, Fortbildung zu machen und Ärzte zu beraten, Informationsmaterial zur Verfügung umzustellen und dann ganz wichtig für unsere Arbeit natürlich auch das europäische Netzwerk Euromin und hier ist der Link zum Charité Fatigue Zentrum, in dem Sie viel Information finden um die Erkrankung, wo Sie weitere Hilfe finden können, Links, Literatur, auch für Hausärzte, Fortbildung, wir werden jetzt, wir sind gerade dabei, eine Serie an Fortbildung auch aufzuzeichnen, weil wir im Frühjahr Covid-bedingt keine Fortbildung machen konnten und das leider im Herbst jetzt wahrscheinlich auch nicht machen können, sodass Sie Ihre behandelten Ärzte dann auch auf diese Seite verweisen können zur Fortbildung und Sie sehen hier, wir haben also auch vor im großen Stil wissenschaftliche Fortbildungen zu machen und unser Forschungsnetzwerk weiter zu spannen, wir hatten im letzten November eine sehr spannende wissenschaftliche Tagung bei uns, die diesen November wahrscheinlich auch ausfallen muss durch Covid und zu Covid am Ende noch ein paar Worte, wir sehen jetzt die ersten Patienten, die nach Covid nicht mehr gesund werden und sind überwiegend junge Menschen, die anfangs gar nicht so eine schwere Infektion haben und ein Teil hat anhaltend die Symptome, die wir auch bei ME-CFS kennen. Noch ist es so früh, dass wir noch nicht von einer chronischen Erkrankung sprechen und wir hoffen, dass es bei vielen auch noch zur Ruhe kommen kann, aber es zeichnet sich auch jetzt schon ganz klar ab, dass auch das Coronavirus ME-CFS auslösen kann und wir hoffen natürlich sehr, dass dadurch auch das Interesse an der Erkrankung deutlich zunehmen wird, das merkt man jetzt auch schon viel mehr, beschäftigen sich damit und dass dadurch natürlich auch das Interesse der pharmazeutischen Industrie an der Erkrankung steigt und dass das auch das Gebiet schneller voranbringt, dass wir endlich große Therapiestudien machen können und am Ende auch Medikamente zur Verfügung haben, um die Erkrankung gezielt zu behandeln und zu heilen. So, das war es, was ich Ihnen heute sagen wollte. Fragen kann ich jetzt leider keine beantworten, aber wenn Fragen da sind, biete ich an, dass Sie die jetzt stellen, Frau Guske die wichtigsten Fragen sammelt und mir dann schickt und dass wir die dann vielleicht auch auf der Seite von Fandigatio noch öffentlich machen können. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.